Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Ja, weil es schon viele Let's Play haben, hab ich gedacht, komm, machst du auch davon ein Let's Play, weil es ist ja wirklich ein sehr witziges Spiel und einfach nur geil gemacht Und zwar den Cess Happy Wheels Ähm, ist irgendwie einfach nice, also äh, es kostet nichts einfach kostenlos, die Leute können die Level erstellen, ist echt geil, also äh, kann man nicht anders sagen Ähm, ich würde sagen, wir Ähm, ich spiele einfach ein normales Level Was haben wir denn da? Hunted Mansion 4 Mind Turtle Tag, machen wir das mal Ich hoffe, mir stürzt Happy Wheels nicht ab und läuft Aber es ist jetzt immer gelaufen Äh Was müssen wir denn machen? Der sitzt hier und, äh Ich weiß gar nicht, wie kann man dann eigentlich, äh Ich will, pick a canonen und kann load Was? Reach back and hold space to pick up a canonen bolt and load the canonen Ah, okay Ah, ja Ich verstehe Äh Ja Warning, Mind Turtle inbound Destination time by Drop the canonen bolts at the button and their Heels Oder Spiels, wie auch immer Ganz so schlechtes Spiel Äh, ich hab wie immer meine Common Kreativmoke im Hintergrund Man hört das ja Na Nimmst jetzt mal so'n blöden Baller wieder raus Jetzt Oder Kanonen Balls, was auch immer Julos So did it get's there Aber irgendwie gefällt mir das gar nicht Ich geh mal wieder raus Mein nächstes Level nehmen Äh, ne, my crime city Wie gesagt, ich hoffe mal, dass es bei mir läuft Aber Ich glaube, mir läuft das Jo Äh, wie kann ich hier Kara fahren Mir ging das nochmal Buh Warte Up Down Open Ah ja, okay Das fährt er Na, geht doch Äh, ist hier irgendwie kein Sound Irgendwie höre ich gar nichts Hm Ich hab keine Doch, ist Sound da Nur auf dem Auto sind wir kein Sound da Hä Was ist das denn jetzt Warum ist der Sound so komisch Hm Merkwürdig Machen wir die nächste Ähm Machen wir mal Pokémon Training Oh je, der braucht aber lange jetzt im Laden Ähm Nimm mal das nochmal Warte 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 Ja, Taste Auf geht's Neue Runde Neues Glück Oh Oh Mann Kommt doch Auch irgendwie wieder hoch Äh Die Steuerung ist gar nicht so einfach Ich muss grad mal überlegen Man kann ja hier irgendwie auch Äh Huch Man kann ja auch irgendwie hier auch bremsen Zurück, zurück, zurück Okay Das Ehepadeln Geht's noch gut Gib Gas Äh, äh, äh Was ist das denn Na Na, jetzt Kommst du mal rum Na also Gib Gas Ja, irgendwie hängt der jetzt gerade fest Ich weiß ja auch nicht warum Na komm Gib Gas jetzt hier Oh Mann Was Jiggle Jiggle Puff Irgendwas stand da Is coming Okay Oh What the fuck Was ist denn Boah Ich hab keine Arme mehr Was geht nie ab Selbstdestruct Oh Ohje Das Level gefällt mir Mir nicht Das ist irgendwie ein bisschen Doof Wenn wir sagen Geh mal zu User Level Das gefällt mir dann glaube ich besser Da spielen die meisten auch Weil die normalen Die sind nicht so pralle Äh Stop Hammer Time Das kennen wir glaube ich Irgendwo her schon Story Was ist das Problem Ja toll Fängt das an New Charakter ID Das war Müll Machen wir Sward Ja das ist natürlich cool Das ist aber kein Sward Das ist hier Äh Äxte Na Nimmst du die Nimm die Oh Mann Nimm dir die Axt da hin oder nicht Nimm die nicht Hallo Jetzt Ah verdammt Ist aber echt cool gemacht Also äh Oh 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 Ja ich würde mal sagen Wir sind dann tot No more restarten Verdammt Aber echt nicht schlecht Das Spiel Na Nimm Nimm diese blöde Axt da nicht Na Nimm sie jetzt Ey Ich bin so blöd zum Werfen Echt Einen habe ich getroffen Ja super Na Jetzt Verdammt Ich treffe den nicht Er hat gesagt Ich kriege die Axt da nicht Jetzt habe ich sie geschmissen Na wird immer Zeit Und die nächste geschmissen Oh Irgendwie singen die FPS Von mir auch ganz schön extrem Aber es geht eigentlich noch Obwohl die extra schon anderen What the fuck Obwohl ich schon echt Einen Browser habe Dafür Aber der Firefox Das geht Ja Da bin ich schon tot Und nochmal neu Na Nimm jetzt doch mal die Axt da hinten Na Jetzt Und Na Jetzt habe ich den ganz vorne getroffen Irgendwie nicht so blöd Dir das Ding zu schmeißen Oh 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 Das war ganz knapp Oh What the fuck Irgendwie bin ich echt so blöd Das Ding zu schmeißen Ja Dann habe ich mich selber geköpft Ist klar Glauben Weil die Weil die FPS Muss so extrem singen Und deswegen ist das ein bisschen Doof Ich weiß auch nicht woher das kommt Es kann aber sein Weil ich Moment Moment mal eben So Ich hoffe jetzt ist es besser Ja Das sieht schon viel besser aus Bin ich am Rendern Ja Das sieht schon viel besser aus Ich bin Oh Verdammt Okay Jetzt starten wir mal neu Wie gesagt Ich bin am Rendern Deswegen Obwohl die FPS Steigen schon wieder So echt Aua FPS gehen schon wieder So weit runter Ich habe keine Ahnung Woran es hängt Also am Rendern Liegt es nicht Mach ich glaube mal Render nochmal schnell wieder an Weil das Das muss Oh verdammt Jetzt hat es mich schon wieder weggehauen Ich bin ja gerade Die neuen Folgen am Rendern Verdammt Ich treffe den Ich treffe das hier nicht Jetzt Ich bin echt zu blöd Die Dinger Oh man Ich bin echt so doof die Die Teile wegzuschmeißen Ja und ich köpfe Und ich köpfe schon wieder selber Noch einmal mach mal Wenn ich das jetzt nicht schaffe Dann Mach ich was anderes da Gibt es doch nicht Jetzt schmeiß Okay Wir machen mal ein anderes Level Bin irgendwie zu blöd dafür Jump tree I have worked hard In making this file Hopeful You enjoy Okay machen wir mal Okay noob Jump tree Ach das okay Ja das habe ich schon mal Gesehen Ich gucke auch gerne Ganz Ganz gerne die Happy Wheels Sachen an Oh Na komm Jetzt Geh Na Na Das ist gar nicht so einfach Na jetzt Hoch mit dir Okay Wir haben es geschafft Alles klar Du are the master jumper Naja So schwer war es jetzt auch nicht Purple ball throw Was haben wir denn da Und was nehmen wir denn mal Schönes dafür Für den Charakter Der Braum muss ja ewig zum Laden Was ist denn das Nimm mal die fette Frau Das kenne ich aber glaube ich schon Das ist wieder Oh Gott Ähm Ich glaube die fette Frau passt da nicht rein Wir müssen meine Charakter changen Das geht aber gar nicht Der Ober dürfte da reinpassen Hä Oh Gott Äh ich verstehe es nicht ganz im Sinn Warum Kommt der eigentlich nicht da rein Ist irgendein Fail Ja weil ich stehe nämlich hier drin Das ist ja Oh Gott Ja genau ich schlachte mich Äh Ich hab keine Ahnung warum der Irgendwie ist der hier nicht drin Moment ich muss nochmal Charakter changen Ich mach nochmal den Oh verdammt Also das ist hier echt ein Problem bei Happy Wheels Ich nehm mal das hier Das ist Ich glaube ich kann mich wieder nicht weiter spielen Weil Happy Wheels wieder am rumspinnen ist Ja das sieht stark danach aus Jupp Ey das ist doch Mist Das ist genauso wie bei den anderen Leuten auch Geben alle Probleme Ach hier geht das Okay Vielleicht gehen noch manche Löffel Ich hab aber keine Ahnung Oh Achso ich will einfach nur Ich komme nicht durch Boah what the fuck Na komm gib Gas Oh Ich hab nur 15 FPS Was ist denn das Boah das geht immer weiter runter Das ist ja schlimm Ja wegen den Partikeln Aber Ist ja gar nicht so extrem ein Partikel Na gehst du wieder mal hoch Ist der tot oder so Nee der ist noch nicht tot Der hängt noch halb auf der Auf der Dings Ich hab aber ein bisschen leiser Das ist ein bisschen laut Na gib Gas Na los jetzt Mann jetzt geht doch mal verdammt Ja Oh what the fuck Oh ho 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 Du scheiße What the fuck Das ist echt geil Na was ist so blöd Hängt das schon wieder fest oder wie Ich hab Gas Jo Wir haben es geschafft So dann machen wir die nächste Bottle run Bottle run Das soll sehr schwierig sein Nehmen wir denjenigen mit Ja genau die fette Frau Oh Wie die kann auch springen Die kann gar nicht springen Aber die kann wohl auch springen Oh Ja so sollte man natürlich das nicht machen Mal versuchen ob ich das schaffe Na jetzt Die fette Sau fest Das gibt es ja nicht verdammt Okay Versuchen wir Na ne so doch nicht Verdammt Na ich weiß noch ob das wirklich mit dem Mit dem schaffen können wir der Frau Ich hab keine Ahnung Ne ich glaube wir schaffen wir der fetten Frau nicht Äh dann nehmen wir dann mal Die nehmen wir den Moped Das müsste der sein Ja Okay Äh ja Das haben wir auch nicht geschafft Dann haben wir eine neue Runde Auf Wie geht's Ich hab hier Das mitbekommen wie die anderen anderen spielen Die machen das auch mit dem Hinterrad Aber das ist Oh das ist gar nicht so einfach Oh what the fuck Der hat schon seinen Kopf verloren Wir machen mal nächstes Level Äh Hammer time 1.1 Okay Start in 5 4 3 2 1 Okay Ich brauche nicht glaube ich nicht bewegen Ich brauche nur zu hämmern Der ist ganz schnell der Hammer Aber das hat mit dem Partikel was zu tun Ganz sicher Warum das so am rumspinnen ist Das ist natürlich ein bisschen nervig Ich hab nämlich gerade mit nur 15 SPS Das ist wirklich sehr wenig Äh ich muss gerade mal was gucken Moment da eben mal Leute Also die Grafikkarte ist es nicht Also Das ist ja ein bisschen Bisschen lächerlich Das sieht irgendwie am Browser oder so Keine Ahnung Ich hab ein Sapphira Vielleicht ist er nicht Schnell genug dafür Ich hab keine Ahnung Weiß man das hakt ganz schön Da muss ich gleich mal was ändern Dass er nicht so extrem am Haken ist Verdammt Ich wollte dann eigentlich voll treffen Ja voll drauf Immer drauf Was ein Gematsche Oh Mann Das ist einfach geil Oh Mann Wie viele Leute immer im Video mal gucken Ich muss mich immer kaputt lachen Das ist echt geil Was because Well that's what other people went to To do Irgendwas To do the days Okay Das war's dann Ich geh mal kurz ins Menü Äh Und steck ab und was um Mal gucken ob das hilft Die Partikel Maximum Partikel Mal auf null Vielleicht läuft's dann besser Probieren wir's mal Ähm Was haben wir denn mal schönes Hammer Time Haben wir gerade gehabt P.W.D.W. Slender Okay Ja ich glaub mal Es gibt auch Leute Die nennen das einfach Slender Ich glaub das kenn ich schon Das Logo natürlich vom Spiegel Oh Vom Spiegel klaut Collect all Acht Äh Oh Ja toll Jetzt häng ich hier fest Wegen dem oder was Mit Gas Kann er nicht auch springen Ne kann er nicht Das ist der Vater Und das Und das Kind Da kommt die Gas jetzt hier Ich komm mit die Fette Ist auch nicht drüber Jetzt gib mal Gas hier Aua Stop and go back Or I kill you Geh zurück Oder ich bring dich um Oh ja da kommt der Slender Und das ist ja